Ich habe das letzte Halk mal ein großes Magazin gefunden, weißt du? Da passen 50er-Magazine rein, zwar nicht richtig große, aber wenigstens 50er. Ich habe das unten für den Dings gebraucht, für den Keller hier. Hier unten habe ich reingepackt, M4, M4A1 zum Beispiel. Müll, 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 so ein Scheiß. Ja, da müsste eigentlich so ziemlich voll sein. Ist auch vielleicht ein, zwei Slots oder so. Ja, also so doll ist nicht. Ja, unten ist bloß noch ein kleiner Slot frei. Ne, da ist noch ein Waffenslot frei. Vielleicht die anderen Rucksack gehangen. Ich glaube, die Rucksack sind jetzt da drin. Die haben wir jetzt schon fünfmal durchgeguckt. Ja, man findet da auch immer wieder was. Okay, wir gucken die jetzt immer gleich nochmal durch, wenn du die anderen geholt hast. Ja. Gucken wir die ja nochmal durch. Im Dunkeln jetzt ist auch scheiße mit Visieren jetzt. Mal gucken. Ja, hol ihn. Ich guck mal eh nochmal durch. Ich glaube ich. Ohne Schalterverwehr wäre vielleicht effektiver. Wir bürieren sie. Wir bürieren sie. Ich guck mal. Okay. Die ganz großen. Ganz schön. Okay. Die ganz großen. Okay. Ich guck mal. 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 Na klar. Da oben steht noch einer. Da ist ein Böser. Wie ist schon der Tag? 5.085. 3.860. Wem war es, Händler? 5.085. Ja, der bringt so nur 200 oder irgendwie so'n Scheiß. Also in der Mitte ist noch nichts nachgespawnt. Lasert? Achso, ne, schon gut. Ich wollte gerade sagen, lasert einer auf mich, aber ich habe meinen Laser vergessen auszuschalten. Der Scheiß schießt nach oben, also nicht schießt, sondern scheint nach oben halt so. Ich bin links, aber da ist nicht wirklich was in dem Baracken. Bitte, ich bin ein bisschen nachgespawnt. Ich bin ein bisschen nachgespawnt. Ich bin ein bisschen nachgespawnt. Aber doch, ich bin schon gut nachgespawnt. Aber in den Baracken nicht, ne? Da liegen noch ein paar große Rucksäcke rum. Und wie schon Eindruck spricht? Wenn ich mich nicht mehr schrecken, mir alles sch izquierdo finde. Mittal auf mir denkenekts. Also, ich komme mir mit den Farben zurvalue. Tschül. Dann haben wir hier aufgenommen. Ich bin auf die Mitte. Womit ist das Haus wieder leer, geht zum Auto. Womit ist das Haus wieder leer oder gut? Womit ist das Haus wieder leer. 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 Die Ka-A74 ist deine, Björnje, ne? Okay, ich hab mich schon gefreut, dachte ich, cool. Nee, ich hab... Ja, ich bin doch schon da, da wo du stehst, jetzt wird der LKW sein. Ja, und was ist... Ist das tolle? Ja, sobald hier einer sich hinstellt, verschwindet auch der LKW. Dann nehm ich mir die R... Jetzt geht er wieder. R...P...D kann ich die haben? Oder ist das ne Scharfschützengewehr? Ja, bitte R...P...D trotzdem nicht verkaufen, die würde ich mir gerne angucken. Ja, soweit es ging... Ja, soweit es ging... War bis zur Hälfte, dann war ich ein Ball. Ja, sobald die Zeit wird gingsklapp. Ich habe die Anliegegegewehrgewehrgewehrgewehrgewehrgewehrgewehrgewehrgewehrgewehrgewehrgewehrgewehrgewehrgewehrgewehrgewehrgewehrgewehrgewehrgewehrger sorte. Ja, jetzt, was es zu frei, war ich eine Zichtungsmessige, eine Weishegegewehrgewehrgewehrgewehrgewehrgewehrgerreibergomme. Das war's für heute. 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 Vielleicht kommt ein Zombie gelaufen, wo über den Namen steht. We buried them. Das war's für heute. 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 Ja, zu uns. Gehen wir, Oleg. Guck mal, andere Seite. Andere Seite. Ja, ich seh ihn nicht, Mann. Hier ist er. Haben wir besser gemacht beim letzten Mal. Ja, das ist nicht so schwierig. Oh, das ist nicht so schwierig. Oh, das ist nicht so schwierig. Wir be... Wir be... Wir be... Ist das eine Schrotze oder was? Ja, 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 wenn die dicht dran sind irgendwie die Schrotze, da sind die Dicken auch mit einem Schuss weg Wenn er trifft ordentlich Sind alle weg? Ich glaube Siehst du, bei mir passiert das auch, er nimmt jetzt zum Beispiel auch nichts mehr auf Doppelklick, egal wie oft ich mache Manchmal klappt das in die Hand nehmen, so wie jetzt gerade und rüberschieben Aber macht er auch nicht Jetzt nimmt er es, dass er außerhalb jetzt Das wird nicht immer leicht Nö, nö, nö Nö Ich gehe jetzt in die Mitte erstmal rein Ich gehe jetzt in die Mitte 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 Das war's für heute. Ein paar Minuten, ja. Vorteil ist er, ne? Das hat einer von euch eine Ultimax gefunden. Haben wir jetzt zwei davon. Ne, hier sind alleine schon zwei im Lager, waren auch bei uns in der Base 3 oder so. Fünf, fünf, sechser. Ach, hier haben wir sogar zwei Ultimax, schon alleine hier. Wir haben übrigens zwei Kalaschnik, auf einmal die Ka74 von dir und einmal eine andere, die zweite könnte ich ja nehmen für mich, oder nicht? Weil hier liegt, ach ne, 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 Entschuldigung, die sind beide mit Messer, aber das ist die, die Zastava M59. Das sieht aus, ne, ne, ja, ja. Wir können draußen schon sammeln, ein Stück hat ein Lkw, also der Viehplatz, glaub ich, ist im Lkw auch nicht mehr, ne? Ne. Es geht. Ein paar Waffen noch, oder irgendwas, bitte mitnehmen. Ja, aber ich bin auch komplett leer, also ich könnte aus dem Lkw gleich was rausnehmen und dann könnt ihr vollpacken. Das ist ein Kino. Und wenn ich hier auf dem Lkw doll sehe, dann können wir uns nicht mehr, also mit dem Lkw, dann aus dem Lkw. Untertitelung des ZDF, 2020